Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Pranker Magazin. Diese Woche ist AIDA Cara zur Weltreise aufgebrochen. Da haben wir wunderbare Bilder für Sie. Sören Küsel, unser Entertainment Manager, war in Dubrovnik unterwegs und zeigt uns was über Land und Leute. Und dann habe ich für Sie einen A-Moment der ganz besonderen Art. Viel Spaß! Letzten Dienstag ist AIDA Cara aufgebrochen zur Weltreise. Die erste Weltreise für AIDA. Und wir waren alle total gespannt, wie wo die Stimmung ist. Wenn die Gäste kommen, was für Gäste kommen. Und wir waren mal da für Sie und haben uns das angeguckt. Ganz tolle Bilder. Gucken Sie mal. Herzlich willkommen auf AIDA Cara. Wir freuen uns riesig auf die Weltreise. Wir freuen uns wahnsinnig. Es ist schon aufregend. Es ist ja nicht was, was man jeden Tag macht. Also man merkt eine sehr große, freudige Anspannung. Und glaube ich, dass alle hingefiebert haben auf diese Reise. Und jetzt freuen sie sich darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Es ist sehr, sehr spannend und aufregend. Warum freue ich mich besonders auf die vielen Eindrücke? Zwei, eins. Willkommen zur Weltreise von AIDA. Der Moment, in diesem Moment, wo wir eben dieses Band durchschneiden durften, mit den allerersten Gästen für die AIDA Weltreise, das war unglaublich. Da fiel auch so ein bisschen die ganze Last und diese ganze Aufregung erst mal von den Schultern ab, weil wir es jetzt endlich geschafft haben, nach so viel Vorbereitungszeit und alles, was wir uns überlegt haben, war wunderschön. Wir haben alle Gänsehaut pur und es ist wirklich spannend und wir freuen uns alle daran. Und besonders sind wir in guter Stimmung, weil wir von unseren ganzen Freunden hier wörtevoll verabschiedet wurden. Wir sind einfach nur gespannt, was passiert. Wir sind aus Hamburg, wir wohnen hier. Und wir fanden das großartig, dass man hier einsteigen kann, einmal in die Welt fährt und hier wieder aussteigen kann. Das hat uns schon sehr stark beeindruckt. Und nicht zu fliegen ist toll. Ja, wir fliegen nicht so gerne. Und das ist, glaube ich, das Schöne auf dieser Weltreise. Man hat Zeit. Man hat Zeit anzukommen, sich wirklich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Jawohl, jetzt geht's los. Wir sind auf Weltreise, um dann auch wirklich mal loszulassen und wirklich voll zu entspannen und das Ganze auch wirklich zu genießen. Das ist eigentlich das Schöne, dass wir die Zeit hier als Familie nutzen können und genießen können. Das ist es eigentlich. Und darauf freuen wir uns die gemeinsame Zeit. Mit den Zwergen und natürlich auch mit den Großeltern. Aber sonst, was haben wir denn alles eingepackt? Na, weiß ich gar nicht. Du hast gepackt. Ja, genau, ich wusste. Wir wollen hier auch vielleicht was einkaufen unterwegs. Ein bisschen Platz müssen wir noch lassen. Ich weiß nicht, 14 Tage gepackt oder länger unten. Ja, auf Weihnachten auf dem Schiff. Ja, das ist ja das Nächste. Der Weihnachtsmann soll ja auch was kriegen. Ja, es war ordentlich viel Vorbereitung mit den Kindern, auch mit den Schulen. Aber es hat gut geklappt. Auf Ostfrieg? Auf Rio. Ich auch in Australien. Ja. Und ich auf die Insel von der Bounty. Wir erwarten, dass wir in Kopfhorn ordentlich durchgeschaukelt werden. Für das machen wir ja auch die Reisen. Auf die Insel. Auf die Südsee. Also diese Inseln, diese kleinen, wo man immer schon so viel von gehört hat. Der Abschnitt, wenn wir dann so zu den Osterinseln fahren, dann zu den pazifischen Inseln, das wird einmalig sein. Da war ich auch noch nie und da freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Wir gehen natürlich immer mit auf Ausflüge und es gibt viele, viele spannende Sachen, die wir dann sehen werden. Und worauf wir uns jetzt auch schon freuen, wie zum Beispiel Rio de Janeiro, wo wir dann auf den Zuckerhut gehen können. Und für Neuseeland und Australien haben wir einen ganz großen Ausflug geplant. Fünf Tage. Freut ihr euch? Werden wir nie in dieser Form wieder machen. Das ist was Einmaliges. Jetzt geht's los. Tschüss. An dem Thema Weltreise bleiben wir natürlich dran. Da werden sie in den nächsten Monaten noch wunderbare Geschichten von uns bekommen. Kommen wir jetzt zu Sören. Unser Entertainment Manager war für sie in Dubrovnik unterwegs. Hat Land und Leute und die Sprache kennengelernt. Gucken Sie mal. Dobardan. Guten Tag. Postdrar. Tschüss. Glaran Sam. Ich hab Hunger. Das ist wichtig. So you say Dobardan. Kacoste. Okay. Good afternoon. How are you? Also ich lerne hier gerade noch im Taxi. Wir nutzen quasi die Zeit und er hat mir jetzt gerade beigebracht, wie geht's dir? Das heißt Kakoste. Also wenn man sagen würde so, ne? Guten Tag. Wie geht's dir? Sagt man Dobardan Kakoste. Dobardan Kakoste. That's right. Thank you very much. Have a nice day. You too. Bye. Was zuerst gefunden haben wir noch nicht, aber ein wahnsinns Ausblick. Und wenn man sich mal überlegt, was hier in den letzten Jahren so passiert, passiert ist gerade auch im Hinblick auf die Serie Game of Thrones, dann ist das schon alles ziemlich real dargestellt in der Serie. Einfach angucken und genießen, würde ich sagen. Was ich jetzt genau bekommen habe, weiß ich gar nicht, aber drin wurde es in Massen auf jeden Fall verkauft. Das ist so ein Blätterteig mit Wurst und ein bisschen Käse drin. Lassen wir es einfach mal schmecken. Gucken wir mal, wie es so ist. Also der erste Geschmackstest ist gut. Ich würde sagen, das muss man mal ausprobiert haben. Ich esse es erstmal in Ruhe auf und dann finden wir eine Location, wo wir das passende Getränk finden. Ich habe mir gehört, so Schnaps soll ganz gut sein in Kroatien. So zumindest typisch. Das finden wir jetzt mal heraus. Mein Favorit. Orangen mit Zucker. Dovigenia ist goodbye in Kroatisch. Okay. Dovigenia. Dovigenia. Also Game of Thrones ist tatsächlich wirklich überall. In jedem zweiten Laden gibt es auch was zu kaufen davon. Also wir sind jetzt in so einer kleinen Weinbar und wir haben jetzt tatsächlich einen gefunden, der so ganz typischen Wein aus Dubrovnik hat. Der wird hier sogar selber hergestellt. Und den probieren wir jetzt einfach mal. Mal gucken, wie es schmeckt. Was ist Cheers, wenn du das sagst? Gevelet. 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 Gevelet, ja. Gevelet. Thank you very much. Thank you. What is thank you in your language? Revala. 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 Yes. Wieder was genervt. Ich würde sagen, das ist ein erfolgreicher Tag gewesen und ja, wir gehen dazu aufs Schiff. Und nach so einem schönen Ausflug gibt es doch nichts Schöneres, als an Bord zurückzukehren und einen A-Moment genießen. Und jetzt alle mal durchatmen. Ah, das war herrlich, oder? Und wenn Sie das auch erleben wollen, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und hier kommt die Verlockung der Woche. Bitteschön. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch La Palma und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Bilder der Woche hinterlegt mit der schönsten Musik der Woche. Ich bin jetzt mit meiner Familie auf der Prima und ich freue mich sehr, nächste Woche von da zu berichten. Tschüss. The bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are so on the faces of people. Passing by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're only saying, I love you. I see babies cry, I watch them grow. People make videos in my show. I think to myself, what a wonderful girl, yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yes, thank you.